Es ist 6 Uhr morgens. Wow, meine Stimme. What the fuck? Man denkt sich immer so, warum tut man sich das an? Es lohnt sich, es wird sich lohnen. Gestern hat es sich auch gelohnt, auch wenn man nur viel Schlaf hatte, aber es hat sich gelohnt und heute dann Amber und Klee und die ganzen anderen Cosplayer von Genshin mit Hanna und Lisa und Rine. Das wird gut. Das wird toll. Ich freue mich. Heute ist das große Amber und Klee und Mona und Ganyu und Barbara und Yanfei Shooting, also ein Genshin-Shooting. Und wir laufen auch dann so rum und ich bin schon im Amber Cosplay. Die Wig sitzt nicht so ganz, wie sie soll, aber tut sie das niemals. Genau. Aber es wird schon. Ich freue mich und bin mega zerstört. Aber es ist alles noch in Ordnung. Ich freue mich. Yes. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Dokomi. Ein bisschen eingeklemmt ist die liebe Lu und da hinten sieht man schon den riesen Totoro, den der Frozen gebaut hat. Der wird heute auch unterwegs sein. Und... Wo ist das? 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 Und ja. Im Straßenverlauf von Stockholmer Kirchstraße einen Kilometer vor. Okay. Okay. Und ja. Wir sehen uns. Behind the scenes. Auf dem Weg. 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 Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind jetzt im Japangarten und haben jetzt unser Geltchen-Shooting. Vielen Dank. Oh, danke schön. Oh, danke schön. Oh, danke schön. Oh, danke schön. Du kannst dich auch gerade hinstellen, wenn du willst. Oh, danke schön. So. So. Aua. Aua. Das war Dokumi Sonntag. Wir sind fertig. Wir sind durch. Es war schön, es war schön, aber sehr anstrengend. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, dass ich euch mitgenommen habe auf diese kleine Vlogreise. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.